Das ist ja auch der Rieger. Der Roland Zimmermann, der ist ja gestorben. Ja, mach deinen Freund, hier. Schau, hier, schau, bitte. Noch mal zu mir, bitte. Bitte, bitte. Einmal noch. Ich stimme mal ganz kurz hin, oder? Ja, genau. Oh nein. Nee, nee, macht dieser immer so. Könnt ihr doch mal schauen, wie viele blöden Tanzen sind. Wunderbar. Wunderbar, genau. Und noch einmal. Jetzt nach rechts. Wir haben einen Zettel hinten. Wir haben einen Zettel. Wir haben einen Zettel. Wir haben einen Zettel. Ich arbeite. Ich arbeite. Wir sind da hinten im Bild. Wir haben einen Zettel. Und wir haben zuerst mal angezogen. Na, die kommen zu uns immer wieder runter jetzt. Es hat auch immer gesagt, dass sie sich in gewünscht gehen sollen. Das machen sie wieder. Jetzt in den Leiter, 새 Nieze, wieder. Noch eins. Jetzt kommt die Sonne auch noch. Sie kommt, sie kommt, ich habe gesagt, nein, sie kommt, hier noch, hier noch rechts. Alle, alle, alle. Wir haben sie auf dem Foto. Ich werde mit dem genau das Foto runtergekommen. Ja, genau. Wir müssen abbrechen. Lina, gehst du ein bisschen heran? Eine Minute, dann ist los. Machst du mal einen Zettel? Lass aus, bitte. Lass aus, bitte einmal. Kann man mit dem Zettel in das Völler gehen? Jetzt bin ich hier. Hier, wo der Zettel ist. Stopp, bitte! Jetzt bin ich hier. Ich komme überall. Sieht gut aus. Ganz nett. Ein letztes Strahlen und dann gehen wir ins Gespräch. Und alle nach links. Schaut mal nach links. Schaut mal nach links, alle. Die Drohne geblitzt. Wollen wir das machen? Ja, genau. Ich habe nicht verursacht. Jetzt geht es um Fernsehen, aber es ist Fernsehen. Dürfen wir Fotografen noch Material anbieten? Das haben hier meine beiden Kollegen. Ansonsten bitte ich, die Hunde voll zu machen. Sie dürfen ein bisschen auseinanderrutschen. Und Herr Schäfer-Kopf am ZDF wird es moderieren. Danke. Jetzt rutschen wir wieder auf uns rein. Danke. Danke.